hallo ihr lieben jetzt möchte ich euch mal ganz kurz die online koch session mit rizzo vorstellen weil da ja natürlich auch schon die eine frage aufkam und hier eine ganz kurze erläuterung im endeffekt wisst ihr einmal im monat findet eine online koch session mit dem rizzo statt die könnt ihr ganz entspannt online bei mir im shop buchen das heißt ihr sucht euch den monat aus also das thema zu welchen ihr mit mir zusammen gemeinsam kochen möchte und buch ganz einfach das ticket es gibt natürlich noch unterschiedliche kategorien ihr könnt auch das premium paket buchen wenn ihr euch um die ganze einkaufsgeschichte gar nicht kümmern möchte dann organisiere ich das für euch und schickt euch im prinzip die wahre portions abgepackt halt zu genau oder die dritte variante ihr macht ein abo und zwar das abo läuft wie folgt ab ihr habt im prinzip zwölf folgen der online koch session gebucht und seid immer dabei und bekommt natürlich in der hinsicht auch die pakete mit den lebensmittel zutaten halt ganz entspannt auf dem postweg zugeschickt genau ich freue mich riesig auf euch wenn ihr irgendwelche fragen habt schreibt mir ganz einfach ruft mich an meine telefonnummer findet ihr überall ich freue mich auf euch und habe richtig 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 bock mit euch mit dir gemeinsam zu kochen also ich wünsche euch einen super truppe tag macht das beste draus lasst die sonne rein und ich freue mich bis zum nächsten Mal ciao euer rizzo